Ok Ok Da kommt das Drogensieder Ich mach grad mal den Stauraum auf Kurs entnennen Eher, da muss Kurs beidrehen Gut, dass wir nochmal so ne MF-Verarbeitung vorbeifahren Das war auch ne... Guter Plan Wäre es jetzt auf 3 oder so gewesen Hätte ich es gemacht, aber... Wäre auf jeden, aber 2-2-6 Ich glaub es war auf 2-2-6 Ja, ja, ich hab grad geguckt Oh ne Oh, ne toll Wut gebremst Ich auch Wut gewessert Jünger, als wir das letzte die Bremse übelst gefickt Ich war mit 120 unterwegs So Warum redest du nicht weiter? Und dann war... Wieso kann man keinen Hero farben? Ah, ja Oh, das war sehr tief Oh ne! Wie? Alter, wie du gerade geflogen bist Hä? Ich bin nirgendswohin geflogen Nee, als du letztes im riesigen hohen Berg gefahren bist Du bist bestimmt nicht schon hingeflogen, oder? Ja Haben die das Nightvision wieder kriselicher gemacht? Na glaub schon Ich fänds immer noch Absolut geil, wenn man einfach nen Dingens, nen manuell fahren könnte Ich würd den Tempels so knechten Ja, aber echt Immer aushandigänge Ja, aber komplett bis oben hin Da wirds... Eigentlich kann man auch im ersten Gang einfach bleiben Na, weiß nicht Weiß ja nicht mal wieviel Gänge das Scheißteil hier hat Aber... Oder zwölf oder so Ehe nicht, ey, 29 Da kommst du überall hoch und runter Ach, 93 Grad Steigung Locker hochgefahren 93 Grad? Ja Oh scheiße, hat man geklaut? Das wird Tag Ach nee Da war ein Steil in deinem Busch Ja, und hängst du da jetzt drauf oder was? Ja man Ach man Ich komm Ich geb den kleinen Schubser Ach man, ich hab ungarisches Netz, das ist echt nicht gut Sollte mir den wir selbst den Schubser geben? Scheiße LOL Ich glaub mein Gerät explodiert jetzt Ich glaub mein Gerät explodiert jetzt Er hat den Löffel abgekriegt Was ist denn da jetzt passiert? Was ist denn da jetzt passiert? Ich warte mal Vielen Dank.